Einen schönen guten Tag, hier ist Nessi. Juh, ich hab schon ein bisschen weiter gemacht, aber nur ein bisschen, ganz kleines bisschen. Okay, und jo, zeige ich gleich. Und ja, ich hab nur einen Fußboden da unten, was gemacht und jo. Okay Leute, jetzt weiter, aber erst mal ein Intro. Okay, bis gleich. Okay, denn gehen wir mal in die Tiefe wieder in die Tiefe hin. Wenn du den Tag da unten machst, weiter sonst nix. Jut, ach, nicht gewollt, ich noch mal ran. Der Tag bleibt nicht so klein, wird schon ein bisschen größer gemacht. So, what hab ich denn hier alles? Ich hab hier Eichenhals, wo was macht das hier wieder? Und zwei Schippen brauche ich wieder. Eins, zwei. Eins. Oh Gott. Ich werde langsam brauchen, du. Platz. Halt, Kohle kann drinnen bleiben. Ich meine, jetzt kommt ja alles weg, da holen wir so bei den Dünger. Jut, okay. Das war's erstmal. Jut, ich überhack wieder. Achs hält auch ein bisschen, die Achs halten nicht mehr so lange. Jut, aber ich gehe hier noch ein bisschen tiefer. Jut. So, jetzt wird der Fußpunkt gleich hier gemacht. Ja, hier ist eine Kuh. Hoffentlich schau ich unten und warte mal her später. Weiß ich ja noch nicht, was hier los ist. Und... Oh Gott. Jetzt sind wir langsam. Diamanten müssen... Jaja, das müssen wir auch noch ausprobieren. Jut. Dann hoffe ich ja mal. Mann, ich ja irgendwann mal. Ist ja alles gekriegt. Jut, das ist das. Das kann ich gerne mal eingebrauchen. Jut. Und erst mal hier alles einsammeln. Jut. Jut. Das heißt, jetzt wird der Fußbohlen gemacht. Zumachen. Ich glaube, ich würde das hier ein bisschen größer machen, oder? Nö. Das lasse ich so. Genau, mein Achselt auch nicht mehr nochmal. Ich guck mal, ob ich lieber eine Steinachse machen tue. Ich glaube, lieber nicht. Ich glaube, ich glaube, ich bin aber auch nicht mehr. Okay. Wie viel jetzt habe ich noch 17? 17... Oder? 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 Das war´s. Mist. Muss ich ja schon wiederholen. Da muss ich aber sogar jetzt alles wegmachen. Warum geht es runter? Das Holz stört mich noch hier. Dann heiße ich ja langsam mal auf Tour gehen. Aber später. Erstmal das Haus ausbauen. Bestimmt find ich einen Keller später. Gut. Okay. So. Das brauchen wir auch nicht mehr. Toll. Na toll. So. Mal kurz mal weg. Musst du was erledigen. Gut. Ich habe mir eine neue Axt gemacht. Ich habe mir gleich zwei gemacht. Ich geh jetzt mal, wenn es schnell wird. Gut. Gut. Gehen wir ganz schnell schlafen. Oder? Oh klar. Abends arbeiten. Genau. Monster sind ja abgeschaltet. Monster verlegt es noch nicht. Es zeigt sich immer noch weiter. Ich finde es noch nicht mehr. Okay komm. Jetzt sind noch ganz rebellion Holocaust. You do. You do. Und wieder abwärts. Okay. Was suchst du denn hier? Ich spinne jetzt hier. Oh, toll. Die Kuh nervt. Ich habe hier nichts bei. So. Okay. Okay. So, ich muss die Kuh rausschmeißen. Okay. Los. Hau ab. Ich spinne hier. Okay. You do. Die Kuh nervt. Gut. Gut. Und jetzt brauche ich... Ah, das ist kein Oma. Gut. Genau. So. Warum macht das nicht immer so? So. So. Jetzt muss ich mal reichen. Ja, dann weiter geht's. Gut. Gut, wenn du hier hast. Moment. 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 Jetzt weiß ich warum ich dazu gemacht habe. Und... Hau ab hier! So. Mann! Jetzt weiß ich jetzt warum ich dazu gemacht habe. Gut. Unten da wird jetzt die Steine gemacht. Genau. Und dann... Okay. Okay. Wenn du irgendeinem Keller mache. Ich folge jetzt mal meinen Keller aus. Okay. Dann muss ich mal sehen, wie ich das mache. Oh, das reicht nicht. Zähketsche. Das reicht nicht. Wie viel Holz habe ich denn noch? Wie viel Holz habe ich denn noch? Wollen wir das jetzt mal reichen? 24. Aber es wird nicht reichen, als wir sie gestern. gut. Okay. Das reicht niemals aus. 1. 2. 5. 6. 7. 6. 7. 8. 8. 9. 2. 6. 5. 7. 7. 7. 4. 9. 10. 8. 9. und mit dem hinzu wenn es so aussehen tut, wenn es so ist Kuh bleibt Rasen Auch nie, oder? Ich schätze mal, die will sich töten lassen. So. Gut, Leute, haben wir ja endlich geschafft hier. Geht wohl halt die Flocken und Flocken. Uhu. Da. Gut. Nee. Ich würde ein bisschen ausleuchten. Boah, hier nicht mehr so wohlgemacht will. Gut. Wieder was ein Stück die Felbe. Gut. Okay. Okay. So. Nichts in Bayern müssen dann lang. So habe ich auch vor. Gut. Erdfaschlein um Gut. Okay, und weiter Holz. Und oben wird den Eiche gemacht. Und dieser Berg wird auch abgetragen. Da kommt nachher noch ein bisschen Glas hin. Wenn ich die Teile hier alles abtragen. Den kann ich haben ja hier. Jupp, und das Wittenfeld hier. Mit Wasser alles drum und dran. Genau, brauche ich alles. Gut, tiefer jetzt. Jo, das ist eine Formel Arbeit, Leute. So, Frau Hohentürk jetzt nicht mehr. Ah, ne, ich hab's hier noch. Holz. Ich hab's hier noch. Und das war's. Und das war's. Genau, den Boom Rock auch nicht mehr. Genau, da oben geht auch irgendwann mal hin. Und oben wird ausgebaut. Aber sieht gut aus schon langsam. Das macht richtig Spaß jetzt hier wieder zu spielen. Was ist das denn? Ach, Kokosbaum. Ist das? Ach so. Muss ich noch hören? Toll. Die Reisung. Gut, eine Frage. Das sind kein Abgetragen, bevor ich nicht gehe. So, kommt das weg. Halt! Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Sonst kann ich immer hier bauen. Mann, ich brauche ja auch Glas. So, das reicht. So, die Karte. 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 So, wie viel Erde habe ich denn? Okay, mute. Okay. So, die Karte. 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 So, die Karte! So, die Karte! Okay! So, die Karte. So, die Karte! So, die Karte! So, die Karte! To 170g! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist denn jetzt hier los? Warum hießt du nicht? Stimmt da wieder was nicht? Moment! Ich muss jetzt in Kreativmots rein. Ich weiß nicht, was hier los ist. Heute mach ich das mal. Hab vorher kurz mit Rennen. Ich weiß nicht, was da los ist. Mach ich eigentlich ungern. So, jetzt geh ich wieder raus. So. Jetzt gehst du wieder. Keine Ahnung, was da los war eben. Gut. So, Holz habe ich. Ich brauche jetzt mal ein bisschen... Ich brauche nicht mehr so viel Eisen. So, ich brauche hier eine Leiter. Gut, ähm, Moment. Blub, 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 blub. Meine Spitzhacke brauche ich. Gut und jetzt noch ein bisschen Holz. Kannst du mir nicht sagen, warum ich dies nicht... So machen Türen? Ich weiß es nicht. So, ich brauche noch ein bisschen Leiter. Hä? Gibt es doof hier hin? So, einen neuen Leiter hab ich gemacht. Hier, den muss ich mal kurz mal rausgucken. Erstmal gib ich mal kurz mal PIN. Ja, tut mir leid. Ich war jetzt mal kreativ Mutti gewesen. Irgendwas machen musste. Unsicher. 71, 71. Habe ich eigentlich noch. Moment. Doch mal Salz gehabt. Ja, Salz habe ich auch noch. Gut. Ja. 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 infarktar, Okay, jetzt kann ich wieder weggepackt werden. So, wo haben wir denn hier? Ja, hier. Ja, so viel. Kannst du aber nicht sagen warum ich immer so mache. Acht. Das ist er. Und noch einer. Das hat er erreicht. Gut. Gut, und hier verabschiede ich die Gegner um. Und von hier verabschiede ich mich jetzt. Und sage dann bis zum nächsten Mal. Euer Nessi. Juhuut. Und es wird immer freier jetzt hier. Jo. Machest du schön. Herrlich. Okay, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao, ciao. Ciao.